Mein Name ist Hermann Geschick, ich bin Kinderarzt von meiner Ausbildung und habe noch weitere Sub-Spezialitäten, die ich betreue, und zwar Kinder-Rheumatologe, Kinder-Osteologe und auch Infektionserkrankungen zusammen mit dem Immunsystem. Kinder mit Hypophosphatarsie werden in der Regel vorgestellt mit Schmerzen in den Beinen in der Sprechstunde und da liegt natürlich nahe, dass man so ein Kind in die Rheumatologie-Sprechstunde schickt und es zeigte sich dann, dass die äußeren Auffälligkeiten bei den betroffenen Kindern derart sind, dass sie sicherlich kein Rheuma haben, aber dass der Schmerz im Vordergrund steht und deswegen hat sich über die letzten 15 Jahre eine Gruppe von Familien und Kindern bei uns zusammengefunden von etwa 20 betroffenen Kindern, die in meiner Gruppe, meiner Ambulanz betreut werden und wir haben in dieser Zeitspanne von 15 Jahren jetzt eine sehr enge Kooperation aufgebaut mit unseren Kollegen der Zahnheilkunde, Parodontologie mit den Kollegen der Endokrinologie, die vor allem die Knochendichte Untersuchungen machen und ich selber bin sozusagen für die Entzündung im Knochen, für die Schmerzen am Bewegungsapparat und für die Probleme beim Gehen und auch die allgemeinen kinderärztlichen Probleme wie Essprobleme, neurochirurgische Probleme mitverantwortlich und auch hier haben wir eine sehr enge Verbindung zu unseren Neurochirurgen. Die Kinder Neurochirurgen, die dann letztendlich eventuell Operationen am Kopf durchführen, wenn eine zu enge Kopfnaht besteht, der Kopf zu eng geworden ist. Auf der deutschen Seite ist jetzt ein Verein mit Patienten seit einigen Monaten. Können Sie uns etwas darüber sagen? Ja. Und vielleicht ein bisschen mit Kissen mit der Arbeit von Prof. Rathasierhoff? Ja. Also wir hatten von Mitte der 90er Jahre ab eigentlich immer im Alltag schon den Bedarf verspürt, eine Patientenorganisation zu gründen. Aber wie es im Alltag so ist, dauert es manchmal seine Zeit und dann kam ein glücklicher Umstand, dass in Frankreich Hypophosphatasy Europe gegründet worden ist und das hat unsere Gruppe zu Hause stimuliert, letztendlich auch eine Patientenvereinigung, einen Verein zu gründen und geleitet wird dies von Gerald Brandt. Er ist ein entscheidender Motor in der Entwicklung gewesen, immer mit dem Vorbild letztendlich der französischen Gruppe und wir sind jetzt seit einem Jahr in etwa ein Verein und haben insgesamt etwa 70 Mitglieder deutschlandweit und Herr Brandt hat in dieser Zeit es geschafft, auch eine Website aufzubauen, die zweigeteilt ist. Zum einen allgemeine Informationen, medizinischer Art, Adressen von Ärzten zur Verfügung stellt und auf der anderen Seite aber auch ein Chatroom ermöglicht für persönlichen Austausch und dieser Chatroom wird letztendlich sowohl von Patientenseite als auch von ärztlicher Seite so im Hintergrund mitbetreut. Das hat sich als sehr fruchtbar erwiesen, so dass wir auch Informationsmaterial mittlerweile erstellen konnten, auch nach dem Vorbild der französischen Elternvereinigung und vor allem auf den Kongressen, kinderärztlicherseits, orthopädischerseits präsent sind mit einem Flyer, mit Informationsmaterial, um einfach diese vergessene Erkrankung, diese seltene und auch vergessene Erkrankung bekannt zu machen, weil durchaus der große Verdacht besteht, dass eine große Zahl von betroffenen und bedürftigen Kindern und Jugendlichen nicht erkannt sind und deswegen letztendlich auch falsch diagnostiziert und behandelt werden. Und mein erster Patient, den ich kennenlernen konnte, das ist jetzt 15 Jahre her, der wurde mir vorgestellt im Rollstuhl, zehn Jahre alt damals, mit der Diagnose einer Muskeldystrophie vom Typ Duchenne, eine schwere Muskelerkrankung, weil eben Symptome wie Muskelschwäche, Beinschwäche, Beinschmerzen auch bei anderen Erkrankungen auftreten und deswegen war bei ihm diese Fehldiagnose gestellt worden. Und wir konnten aufgrund dann der Untersuchungen letztendlich eine Hypophosphatasi diagnostizieren, die ganz andere Therapiestrategien erfordert als jetzt eine reine Muskelerkrankung. Also da ist eine große Bedeutung, die Kenntnisse zu erweitern und deswegen freue ich mich so heute hier zu sein, weil dieser Kongress eine hervorragende Plattform ist für Erweiterung von Kenntnissen sowohl für Patienten als auch für Ärzte. Es hat eine große Wirkung nach außen durch die Verbreitung, durch die Medienpräsenz und ich persönlich habe sehr viel gelernt heute schon, vor allem über die Biochemie der arkanischen Phosphatasi, wie das Molekül im Einzelnen arbeitet, welche Defizienzen da sind und da erhoffe ich mir auch einen Impetus für unsere Forschung, für unsere klinische Forschung, die wir betreiben, weil wir insbesondere das Thema Schmerz bei Betroffenen besser in den Griff bekommen wollen.